Schon mal was von CRISPR-Cas gehört? Diesem Wunderwerkzeug der Gentechnik? Ist das nicht diese gefährliche Technik, mit der Wunschkinder gemacht und alle Pflanzen verändert werden? Naja, schon. Aber die Technik ist nicht gefährlicher als Feuer, Autos und Instagram, wenn man vorsichtig damit umgeht. Stopp, das ist doch was ganz anderes. Wer will schon auf Autos verzichten und wie sollte Instagram Unheuer anrichten? Mit der neuen Gentechnik kann man aber Krankheiten wie Diabetes und die Bluterkrankheit richtig heilen und Erbkrankheiten für alle Zeiten beseitigen. Auch Pflanzen kann man gezielt züchten. Mit nur einem Gen können Tomaten wieder so süß sein wie früher. Erbkrankheiten beseitigen, Tomaten wieder süß machen, für mich ist das irgendwie wieder natürlich. Nein, das machen wir schon lange. Mit normaler Züchtung ändert man sogar sehr viele Gene. Ohne zu wissen, welche. Und wenn du dich hast impfen lassen oder deine Oma hat eine neue Niere bekommen, ist das natürlicher? Oh Mann, das wird ja immer komplizierter. Okay, in zwei Minuten kann man nicht mehr erklären. Wenn es dich interessiert, dann hör doch einfach den Zoom-Vortrag von Berthold Durst am 8. Dezember an. Auch der Austausch mit anderen Teilnehmerinnen ist möglich. Prima, den Termin merke ich mir. Am 8. Dezember um halb acht bei Berthold Durst. Prima, den dauert das. Vielen Dank.